willkommen zu meinem kanal und ich freue mich dass du zu uns gefunden hast ich zeige dir in diesem sinne heute mal unseren kanal ein bisschen also wir haben verschiedene konzepte von arma 3 bis euro truck simulator 2 das noch nicht ganz in planung war oder counter-strike global offensives oder auch payday 2 wir haben wirklich alles was das herz begehrt von shootern bis simulatoren bis mmorpgs wie shiro 2 mesin 2 hier ist alles was man sich vorstellt was man so glaubt was man denkt oder was man auch sehen möchte und zudem werden auch noch viele displays folgen wir haben dazu sogar auch eine facebook page da kann man auch mal gern drauf schauen die heißt daniel gaming die auch in der beschreibung natürlich drin ist und deswegen hier ist unser kleines kanal intro zu unserem kanal hier findet ihr verschiedene sites hier findet ihr verschiedene sachen was man so sehen kann was man so sehen will und am ende werdet ihr auch noch mal eine kleine ja eine kleine seite sehen wo ihr dann weiter kommt zu den weiteren aktuellen let's plays oder auch noch let's plays die folgen werden die werden dann da auch verlinkt sein ja ich hoffe ihr kommt zu recht auf meinem kanal ihr könnt ihr gern in den kommentaren irgendwas schreiben was ihr wissen wollt oder was ihr wissen braucht natürlich auch in kooperation mit unseren zwei co let's playern und ja ist immer wieder mehr abwechslung dabei immer wieder mehr spaß auf jeden fall schaut euch aber das video zu ende an und am ende kommt ihr noch mal zu weiteren kleinen verlinkungen wie zum beispiel zu let's plays ja in diesem sinne ich wünsche euch viel spaß auf meinem kanal und ich hoffe ihr kommt zurecht falls wir aufstehen schreibt es in die kommentare euer daniel gaming macht's gut leute tschau schau ja 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 ja